Demutler Schäfling Demutler Schäfling Demutler Schäfling So, schönen guten Abend, meine Freunde. Herzlich willkommen zum x-ten Türchen von Helenes Adventskalender. Ich habe jetzt die 2 von meiner Luft gehoben, weil 2 ist eine schöne Zahl. Ich habe euch ein kleines Lied geschrieben, das ist nämlich nichts Großes. Es handelt von dem Alten Testament, wie Gott zu dem Volk Israel spricht. Um daraufhin die Geburt Jesu zu erleben. Und ich improvisiere die Verse jetzt einfach. Ein Refroar habe ich davor schon geschrieben und ein bisschen so umgewacht. Und wir schauen, was da rauskommt. Ich würde uns gerne später auf dem Hängen. Das heißt, ich nehme das gerade wirklich auf. Fürchte dich nicht, wenn ich mit dir. Weiche mich zurück, wenn ich bin nach Gott. Ich stärke dich und helfe dir. Ich halte dich durch meine gleiche Hand. Wo ist denn das Jesuskind? In der Krippe, dort soll es liegen. Wir folgten dem Stirn geschwind. Wo ist Jesus? Wo ist Jesus? Herodes, kannst du uns bitte sagen, wo du Jesus versteckt hast? Du weißt schon, wen wir meinen, den König der Juden. Jesus, der Retter ist da. Jesus, der Retter ist da. Ja, hey, ihr Sterndeuter. Was macht ihr in meinem Palast? Und wer soll hier der König der Juden sein? Bin ich nicht der König? Naja, aber okay. Ich werde euch sagen, wenn ihr mir sagt, wo ich ihn finde, dann helfe ich euch. Aber die Sterndeuter waren nicht so blöd und entschlossen sich Herodes nicht zu folgen. Stattdessen, es spielen die Ausfassen, die sich im Gold frei rauchen, Möhre zu schenken. Jesus. Jesus, der Retter ist da. Jesus, der Retter ist da. Jesus, der Retter ist da. Jesus, der Lötter, ist da Jesus, der Lötter, ist da Jesus, der Lötter, ist da Jesus, der Lötter, ist da